Wir sind als Firmenkundenbank die Nummer eins für den deutschen Mittelstand. In unserem dualen Studium lernst du warum und wie es richtig geht. Ich sitze zusammen mit den Firmenkundenbetreuern und den ganzen Leuten im Vertrieb. Dann bereite ich die Gespräche vor, bereite sie nach, gehe mit zu den Kunden. Man hat natürlich auch den super Theoriezusammenhang anhand des dualen Studiums an sich. Diesen Arbeitsablauf eines Vertriebsmitarbeiters, von vorn bis hinten miterleben und auch mitgestalten. Falls du irgendwie einen Verbesserungsvorschlag hast, kannst du den immer vorstellen bei deinem Vorgesetzten. Dieses Zwischenmenschliche hat man ganz, ganz viel gelernt und auch ein bisschen offener dem gegenüber zu sein. Also sind Freundschaften daraus entstanden. Digitales Arbeiten kommt jetzt immer mehr. Wir haben mittlerweile Dashboards, die die Kunden analysieren. Deswegen ist man als Firmenkundenberater da immer auch eine Schnittstelle, dem Kunden was Neues beizubringen. Grenzen kennenlernen und die aber auch überwinden. Sich bewusst sein, welche Verantwortung eine Bank hat. Und du dachtest, du passt hier nicht rein? Wir haben dich hoffentlich vom Gegenteil überzeugt. Komm zu uns und bewirb dich jetzt.